so tommy ist schon wieder bekloppt und reparierten fertig artikel 10 euro und zwar funktionierte die von anfang an nicht ausgepackt und funktioniert nicht es liegt an diesem wunderbaren schalter da habe ich jetzt schon mal ausgebaut und hab den denn hier aufgemacht der macht nämlich die kontakte nicht richtig und den kann man müssen einmal schalter eigentlich aber man kann ihn auseinander nehmen indem man ihn nicht dafür gedacht den auseinanderzunehmen also wenn man so ist wie ich dann kann man ihn aus mit einer gewissen vorsicht wohl ihr merkt es nicht dafür gedacht auseinandergenommen zu werden also der ist nämlich hier geklammert also ich hab den jetzt hier rausgenommen und habe dann diese beiden zapfen hier aufgebogen und die beiden zapfe auf der anderen seite aufgebogen und habe ihn dann tatsächlich konnte ich ihn auseinander nehmen kann man das hier rausnehmen das ist alles ist fast schon uhrmacherniveau ne es ist wir leben in einer wegwerfgesellschaft und es hat sich nichts verändert auch corona und der wie sagt man der erwachsene rohstoffpreis und so hat nichts dran geändert dass so ein müll immer noch den markt hier überschwemmt also hier ist ein kleines plättchen drin und ein schieberegler das kann man dann auch ausnehmen unter diesem plättchen befindet sich natürlich eine feder ich habe ja alles schon auseinander gehabt ich habe jetzt mal geguckt ob es funktioniert ob sich lohnt darüber ein video zu machen aber falls jemand mal ein problem hat mit diesen neuen schalter mit diesen schaltern diese zu die so nicht richtig funktionieren diese komischen gekleppten hier die klammern aufbiegen meine zeitlich sieht man jetzt vielleicht dass da so kleine klammern hier und hier kann man dann aufbiegen und man sollte aufpassen dass man dieses plättchen nicht verliert weil diese plättchen ist mir auch weg geflogen hier aber ich hab's wieder gefunden darunter ist eine fehler da sieht man die fehler die fehler habe ich etwas gestreckt manuell also rausgenommen und dann eben wenig in die länge gezogen so dass es jetzt einen besseren kontakt geben müsste jetzt bräuchte ganze wieder zusammen und hoffe dass es funktioniert und wenn es nicht funktioniert macht das ganze nochmal und stretcht die fehler noch weiter sozusagen also wieder rein damit da kommt meine tochter angelatscht das war eine sehr schön gestellte frage da weiß ich jetzt spontan gar keine antwort also alles schön wieder eng zusammendrücken und da mit einer zange die jetzt gerade nicht zur hand habe also habe ich schlecht vor erarbeitet zusammendrücken die jetzt und dann hoffe ich dass es funktioniert ja bist du dir sicher das ist nicht du willst alle ich hab's gesagt Gummibärchen ja ist ja gut Chef so nachdem wir den Gummibärchen Problem jetzt gelöst haben geht es jetzt zu der grob mechanische zange über ich habe jetzt meine kleinen zange alle schon auf dem grundstück da wo sie natürlich nicht hingehören für so feinarbeiten aber was soll ich machen erst mal machen wir die seiten dann hat man keine angst so jetzt muss ich mal einen Moment mal wissen das ist jetzt natürlich total quatsch hier geht natürlich überhaupt nicht mit so einer super zange da brauchen wir natürlich so ein fein elektroniker werkzeug das ist wahrscheinlich auch der grund warum dann die einmal stecker oder einmal schalter nennt oder wie auch immer einmal zusammen und dann funktioniert es oder eben nicht ja lass mal deine zähne ganz nach möglichkeit wenn man kauen kann dann hat man keine angst mit Gummibärchen auch nur wenn man kauen kann ja oder Mama wenn man Zähne gezappert oder Mama ich will noch eine ich bringe noch ich bringe noch hier raus Tuch du bist du bist du bist ich will noch du bist du bist du bist du bist du bist Jetzt funktioniert es entweder super oder immer. Dauerlich. Ich hab dich gehört. Sag doch mal. Ja. Der Papa ruft nach mir. Papa, ich hab dir einen Donner geholt. Dann kommt der Bim. So war das Mama. Der Bim. Der Biber Bim. Also wird das jetzt hier sehr, sehr straff. Aber so hört sich das. Meines Erachtens. So, jetzt setz mal den ganzen Schnolli wieder zusammen. Das Wetter soll so bleiben. Bist du auch nicht? Das ist so. Sind noch vier hin? Nein. Also, wieder hier reindrücken. Ich weiß nicht, ob so rum richtig war. Oder andersrum. Vermutlich genau andersrum. Nein, 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 nein. Ich hab eins, zwei, drei. Das sind alles jetzt hier Testaufnahmen. Mal gucken, wie die neue Kamera ist. Hier, ich hab mir eine neue Kamera geholt. Ja, so. Besser. Diese neue Kamera hat richtig Geld gekostet. Diese neue Kamera muss dieses Geld einfach auch wert sein. Und hier am Ende. Hoffentlich. Ach guck mal. Hätte man so ein Licht ausprobieren können heute auch bei dieser neuen Kamera. Ist natürlich ein kleiner Licht Mod mit dabei. Eine Lichtmodifikation. Dann diesen, nennen wir es mal Schutzdeckel drauf. Der ganze so an Ort und Stelle mehr oder weniger an Ort und Stelle hält. Ja. So eine Plastikabschirmung. Zu Testzwecken jetzt zwei Batterien rein. Doppel A. Ja. Ist es an? Ja. Also an ist es erstmal. Jetzt gucken wir mal, ob es so ausgeht. Ja. Repariert. Das ist schon eine Freundin. Hoffe ich sehr. Alles nur für Lumen. Ich kann mich sehr so freuen, wenn das an. Lumen war so enttäuscht, als sie die Kette hat sie nämlich von ihrem Taschengeld gekauft. Diese Lichterkette. Und wir haben sie ausgepackt und dieser Schalter hat nicht funktioniert. Dieser Schalter war einfach zu locker konzipiert. Einfach diese Schiebeverbindung hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich das repariert. Mit ein bisschen Zeit improvisiert repariert, aber es funktioniert. Und es ist in Ordnung. Dafür ist es doch toll. Ich habe keine drei mehr. Nur einen noch. Ich hoffe sehr. Weil man muss ja nicht alles wegwerfen. Auch wenn es jetzt hier nur so ein Billigprodukt ist. Aber wie gesagt, 10 Euro hat sie auch bezahlt oder so. Über 10 Euro, 12 Euro oder so. Eigentlich habe ich sie bezahlt. Aber wie hat das Geld? Du hast sie bezahlt. Entschuldigung, meine Frau hat sie bezahlt. Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk. Umso schlimmer, wenn diese Geschenke nicht funktionieren. Nein. Ich finde es toll. Es funktioniert. So, wollte ich nur mal kurz zeigen. Kleines Video dazu. Wie gesagt, man muss nicht alles wegwerfen. Und irgendwie haben wir den Kassenzettel einfach nicht wieder gefunden, uns umzutauschen. Und letztlich, wenn wir es umgetauscht hätten, wäre auch dieses Produkt im Müll gelandet. Keiner hat separiert. Es wäre einfach weggeworfen worden. Und das muss nicht sein. Es ist ja da. Es ist produziert worden. Papa, die Gummibärchen sind jetzt alle. Und die Gummibärchen sind jetzt alle alle. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Jetzt steht in denosaaren Tumikano. Lass mich. Also. Verrückt. Und das zu Ende. Als die L tiveıiredoste. Vielen Dank.